So Freunde im Fall, Schwarze Peter im Fall des Spiels, Schleck-Koms, Krimi und Verhaftung, geht's weiter, denn wir müssen eine Person verhören, und wenn man mit so einem Baum nicht an den Tisch kann. Voila. So, wir müssen einmal hier lang. Ich darf? Evidence Room, okay. Okay, was haben wir hier alles von ihm? So. Hm. Ein Ring. Ah. Ah. Ein Handkerchief, mit dem initialen J.H.N. Ein Pockenknife. Es wurde benutzt, um die Tür des Peter Carreys Cabin zu fordern. So. So. Genau. Die Gallerien, genau. Von R. Dawson. Von dem Partner, 1883. Genau, das war das Messer gewesen. Genau, das war das, äh, Tabakkehler, von dem Buch. Was für ein Mal, ähm. Okay, das haben wir hier schon untersucht. Kloppen, sonst haben wir uns nichts in der Sorbatenkammer. Und jetzt geben wir mal Riefenverhör, ne? Hm. Ne, na. So, wo ist er? Voila. Da ist er. Hey, John. Schlechtlich. Ja, ja. Lügen haben schlechte Orten. Ich hab's nicht gebrochen. Ich hab's immer nach mir. Hm. Ah, ne, scheiße, hab ich gerade noch. Oh, schimmige Mütze, flicken, teurer Stoff. Schön teuer einkaufen, was? Pfanneknöpfe, kurze Ärmel, Hornhaut, Narben, dünner Hals, aha. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? Ah, nein, falsch anfangen, scheiße, ist gar nicht einfach, ne? So, Mr. Nelligan, the ring is mine. Ähm, ah, schade. So, the ring is mine. Äh, rufst du jetzt auf was? Oh, schade. Wieder falsche Antwort, verdammt. So, the ring is mine. Hm, ich probiere mit Carrier Stiefel. Oh, ne, auch nicht, ne? Shit. So, the ring is mine. Jack des Vaters. No, Mr. Nelligan, I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but, but, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric. Yeah, yeah, long. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job. And it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Nelligan. It all happened exactly as you say. Oha. I will see you soon, young man. Young man. Let me go, I'm innocent. Ja, ja. Lügen lange Nasen, Mr. Nelligan. Fass'n Arsch. Voila. Die Einbruchversuche stand in der Stadt, um das Lutisbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchversuche unternommen hat, auch der gesunde Mörder ist. Aha. Haben wir noch was zusammengehört? Nein. Ah. Wir haben ihn irgendwo gefunden. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und unternet Person eine Apuna so werfen kann, dass er mit einem Menschen an die Wand aufspießen kann. Autsch. Ich brauche eine Reconstruction. Ich bin sicher, dass Watson glücklich sein wird, um ihn zu beobladen. So, wir müssen einmal falsche Watson gehen und den Fall rekonstruieren. Er ist kein gewöhnlicher Einbrecher. Welche Rolle spielt er? Wir müssen den Fall rekonstruieren, Freunde. Und herausfinden, welche Person es war, die denn geworfen hat. Einmal zurück zu Wuppen ist Lee. Weil wir müssen mit Watson den Fall rekonstruieren, um herauszufinden, welche Person er geschafft hat, um diese Person an der Wand aufzuspießen. Nur wie gehen wir am besten hin? Einmal gucken. Ein Umfeld ist perfekt. Aber vorher kehren wir zurück zu unserem Haus und holen den Mann ab, dem er helfen kann. Watson. Okay. Haben wir? Haben wir. Okay. Passt. So, das Inspektor-Fall ist, wo ist Watson? Ähm. Mal gucken, woher. So. Das machen wir im nächsten Mal, Freunde. Und rekonstruieren den Fall mit Watson. Bis zum nächsten Mal, euer Navegamer aka Helios. Ciao.